um um ein paar Jahre auch keine also mit der einen direkt von unseren Basis ist wir hätten doch auch leicht stellen und ein Kumpel ja nicht so direkt das muss ich noch mal üben seht ihr es richtig, dass er zweimal Darth Vader hat? ja, irgendwie komisch dreimal sogar, oder? ich sehe es nur zweimal, das andere ist dann eh als der boah, fett, ne? ja die normalen Soldaten sind nicht das einzige was man klonen kann was zur Hölle ist das denn? was war das? ich habe es gesehen was zur Hölle? fick dich schön Schaden gemacht aber ich habe ja auch so ein Ding das Ding hat mir nicht mehr Energie abgezogen das ist mehr als nur schön Schaden ich weiß aber was es war weiß aber was es war? nein, bestimmte Kanonen, Kanonen, Dingsbums die mag ich nicht überhaupt nicht die Basis wird angegriffen als ob ich das noch nicht gesehen hätte ich habe mich ja mal wegen Kontrolle bekommen geh weg geh weg oh, hast zwei ja, der eine ist aber recht kaputt kannst auch Schild aktivieren, ne? so wie ich das gerade mache wo denn? ja, das ist über den Icon ist so ein kleines Simpler keine Ahnung, wo du jetzt meinst und in der Leiste da siehst du doch dein Schiff und dann der drückt so ein Schreck ein Halt genau hey, ich habe noch mehr Einheiten ja wir haben gleich vercut 010 aber egal läuft super ja, der hat noch eine Laserwaffe, toll haben wir das Schiff an Nutzlosigkeit kaum noch zu übertreffen das dreht sich ja auch überhaupt nicht irgendwie langsam was ist das denn? home 1 ha wieder einmal haben wir das Imperium diese dumme Rebellen vernichtet ja kann man auch sagen eigene Verluste oh, das geht doch noch im Vergleich zu dem, was wir bei denne vernichtet haben guck dir das doch mal an wir haben viel mehr vernichtet als die können wir mal Boden spielen was können wir spielen? ja auch für alle, die es wissen wollen ich bin totalplanos.de, ne? ja das hat natürlich nichts mit Schleichwerbung oder so zu tun, ne? natürlich nicht das liegt nur daran, dass mein Name schon vergeben war das liegt nur daran, dass mein Name schon vergeben war warum auch immer noch noch haust doch 5 schwere KIs in unser Team und dann gegen eine leichte höh dann Stoß kann mich nicht entscheiden der Hose hat das Spiel verlassen Delphineo, du bist ein Hund ein schlauer Hund meine ich wie wärst du über die Karte nicht gewunden spielen? weil ich hatte gerade nen Crash Visionen sind ungleich ich bin wir da mm ah nimm die jetzt, ne die ist bloß ein zweit nimm die sieht's trostlos aus 문 los jetzt komm ich will morgen noch was anderes betteln so wahrscheinlich keiner schaut und dann schweren sie alle ich will auch mal mitspielen Spasti man muss sich angekündigt Spasti man muss sich nur so scheiß Bauernkinder Spasti gestern ich will Mittelpunkt � fahrzeugabwehrturm und die abwehrturm flugabwehrtur Revelle Bagda Heilstarr Revelle-Levelaturschiffstar Sensorknoten was hast du für eine Funktion gar keine die kann ich nicht bauen weil geht nicht weil geht nicht das klingt auch interessant das klingt auch interessant kann ich auch irgendwie neue Gebäude bauen wohl nicht oh Moment was ist das ich wüsste das mal sinnlos alles auf das bringt zwar nix aber hey ja dann laufend schneller da ist ein Gastank Gibt es ja auch irgendwo Minen oder so oder irgendwas das sich zu erobern lohnt Minen gibt es ja auch ja muss nur mal aufs Radar gehen und das sind also eine Blitze das sind Minen das sind das sind deine dann lass ich dir die mal ich hab'n Gegner ausgemacht Wer da so ich hab'n Verstärkungspunkt eingenommen obwohl ich mal erwähnt hab'n Bleib da da nicht stehen mhach oh es sind schon alle Ton-Ribby ok bei näher der Überlegung soll ich vielleicht erstmal Einheiten bauen bevor ich sie aufrüst ach Unsinn boah jetzt hör auf damit mach ich doch auch nicht hat es auch gar nix was aufhört zu essen mach ich auch nicht stört mich voll bei meinem Apfelkauen oh oh ha ha ich nutze überlegene Waffentechnologie das war doch ich einen dicken Pullover an den ihr nicht habt mit dem tiefen Wilde jawoll rück vor meine tapfere Männer geht für mich in den Tod ich glorie das Gebäude das auch wo ich schieß ich glorie diese Panzer die da kommen aber wir schießen was zur Hölle was sind das denn für Killereinheiten das ist ja genauso pervers wie ein CNC das ist ja genauso pervers wie ein CNC ich stelle fest das dicke Pullover bringt es echt ah ne schöne rote Pullover echt mal ich kann trinke auf den jetzt ich hab grad viel größere Einheitengruppen platt als ich bin voll aufgerüstet alles das kann ich mir eh noch nicht leisten Kopfpanse er damit ja hallo tötet ihr den mal bitte was ist denn das was greif ich denn da an Kaserne jawoll die machen wir mal platt Aufrüstung abgeschlossen du brauchst Einheiten ich rüste auf was hast du denn da gebaut hey die Kaserne ist platt cool was die feindliche ja eine von denen hab ich grad eben platt gemacht ich schau nicht wie lange die liegen scheiß Walker hier was wo die Dinger hab ich vorhin mit Infanterie platt gemacht man also die Lamma wir haben da mal nicht rum Leuchtuch Leuchtuch so jetzt hab ich genug Gelb alles bestens nein nicht das hier das hier ich geh langsam meine Einheiten aus oh oh man wusste einen Transporter was macht der ja welcher Transport mit der wurde neue Einheiten abgeladen hat wir haben eine Landezone gesichert ja gut ist meine Infanterieeinheiten alle tot ist das denn überhaupt bei diesen Landzonen kannst du jetzt neue Einheiten holen wenn du denn welche gebaut hast ja ja Einheit wird produziert ja ich bauen mal sowas sobald meine Aufrüstung fertig ist Ehh der ist in unsere Basis gefahren ja wird schon unterwegs kannst du dir sparen bis der Schaden gemacht hat ist der Schaden wieder repariert ja alles sehr schnell nicht wirklich ich könnte die Verteiligungsplattform damit aufbauen was ist das denn Dummfallkraft ich muss aufrüsten hey ich kann Obi-Wan bauen heilen und bestückt Aumfall kann ich den auch irgendwie zum Angriff nutzen oder ach Gott ich muss noch mehr aufrüsten aufrüstung läuft hier habe ich biebern oh Gott au was habe ich denn noch da ich habe noch Infanterieeinheiten da sofort unterwegs kurz berechnet schöne Sache das bei näherer Überlegung hätte ich auf eine andere Landeplattform setzen sollen na Scholz was ist das denn ein einzelnes Bomber dem Mord durch Y-Wings was 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 war das jetzt warum was weiß ich nicht gehört das nicht mehr uns oder was achso was bist du ja aber eben sind Einheiten von mir einfach so explodiert hm ich verstehe es gerade nicht so ganz keine Ahnung egal ich greife wieder an so kann doch was erforschen ich dachte schon warum lande der Feind denn in unsere Basis ja wo soll er denn sonst landen in seiner Basis ha 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 Prozent der Feind ist so schwach wir greifen uns selbst an damit er eine kleine Chance hat so ich rüste weiter die Technologie auf die ich gar nicht benutze da ergibt total Sinn tja dank der Aufrüstung sind wir problemlos durch die Umweltbedingungen geschützt im Gegensatz zum Feind der ist das nicht ja die sind irgendwie ziemlich schwach die Einheiten vom Feind sonst los der Schott den der da hat komm mal ein bisschen beteiligen mach mal was ist los ähm die Hände oben Moment Fahrzeug abwehrtoppen sofort mal da her und nimm das Ding ein ja hinter schön dass die Pflanzen so schnell sind die Einheiten die die da haben sind eh strott die drücken überhaupt keinen Schaden raus wir haben eine Landezone gesichert so Landezone ist sicher und ich hab alles auf toll ich hab voll die lange Leiste da links Fahrzeug wird produziert oh so würde ich sagen krück mal weiter vor boah ist noch mal gar nen Apfel sag mal los da ist Wasser wie ungefähr ist das denn los weiter was ist da denn Wiesen ich hab schon wieder kein Geld mehr da ist ein Turm ich korrigiere mich da war ein Turm werde mich nie befolgt Hausgeschäfte auf Platz aber guckt mal wie niedlich sie wollen spielen wählt eure Verstattung Bevorsteu wir haben einen Bauplatz erobert wir haben eine Lage zu mir verloren ja aber ich kann sie ausführen wir haben einen Bauplatz erobert ja was auch immer weiß ich so genau was er von mir will nein nein hallo läuft hier mal weiter und so ich hab keine Zeit hier so rumzuspielen mit Dämon äh Delfino komm wir auf Dämon ich chatte zu viel mit Dämon du mein bisschen Artillerie hä hä ich bin schneller als du was du bestellen? ja meine Artillerie ist zuerst da oh oh das ist ja gar nicht deine Panzer nein wie kannst du das nicht? die sind zwar grün aber ich bin blau also und? achso du bist schon besoffen wie immer Farben und so ja wie lange laden die denn die noch ab? ja ja das ist ja das ist ja aber diese Flieger mag ich und cool das ist ja das interessiert mich jetzt recht wenig ich hörts nicht wenig wie die heißen ich würd viel mehr interessieren wie komm ich denn da her ach ich bin schon vorbei gefahren ich will jetzt mal da runter so schauen wir was die Artillerie taugt abverstanden dann mal los oh die ist nett die ist richtig schön im Prinzip dann los herrlich feine Sache das so weiter nein nicht wieder vor die ist wirklich nicht schlecht leckt leicht ist täuscht ist der scheiß innerhalb weil die auch? bisschen